Es klappt nicht so richtig mit den Frauen. Das ist natürlich, oder kann natürlich sehr frustrierend sein, aber wir wollen uns heute mal angucken, was einer der häufigsten Gründe dafür ist, dass es nicht so klappt und ich glaube, da wird auch klar, dass, oder was du machen kannst, wenn dieses Problem auf dich zutrifft. Und ich habe ja in den vergangenen Videos, speziell im letzten Video, schon mal darüber geredet, wie beispielsweise andere Trainer, die immer wieder Ratschläge à la, ja, oh, du musst nur diesen einen Satz sagen, du musst nur diesen einen Trick machen geben und dann wird es auf einmal besser. Ja, dieser eine Satz wird alles verändern. Du musst lernen, wie du Spannung aufbaust, du musst lernen, wie du sie next, bla, bla, bla. Und ja, all diese Sachen kann man natürlich machen, aber regeln meistens die Probleme nicht wirklich auf einer Grundebene. Das ist halt so, wie wenn du ein Medikament nehmen würdest gegen irgendwas, um die Symptome zu unterdrücken, aber du würdest dich nicht um die unterliegende Krankheit oder die zugrunde liegende Krankheit kümmern, dann ändert es sich halt auf Dauer nicht wirklich. Was ist jetzt also das Problem oder eine der häufigsten Ursachen für Probleme mit Frauen? Und du kennst es vielleicht aus der alten Pick-up-Community. Das war tatsächlich eine Idee daraus, die sehr, sehr klug war und die sehr, sehr richtig war. Nämlich ist das größte Problem oder eines der größten Probleme der Männer, dass die Frauen auf irgendeine Art und Weise auf ein Podest stellen, dass sie sie also erhöhen. Und du kannst dir das eben genauso vorstellen, du stellst die Frau auf ein Podest, du erhöhst sie, du stehst unterhalb dieses Podestes, siehst deinen eigenen Wert unter dem Wert der Frau und das ist natürlich ein riesiges Problem. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen in unserer Gesellschaft drin, gerade in den älteren Generationen, wo man so diese klassischen Sprüche kennt wie ja, die Frau hat zu Hause die Hosen an oder wenn meine Frau das sagt, dann wird das schon richtig sein oder meine Frau muss das entscheiden, wenn die glücklich ist, bin ich glücklich. Also das sind so klassische Sprüche, die so in dieser älteren Generation, so meine Eltern, die jetzt so um die 50 sind, da so ein bisschen vorherrscht. Und das ist da immer so ein bisschen als Witz gemeint. Aber das Problem mit Witzen ist, wenn man Witze oft genug macht und die werden in dieser Generation irgendwie ständig gemacht, gerade von zum Beispiel Comedians, wenn man Witze oft genug macht, dann denkt man irgendwann, es ist wahr beziehungsweise glaubt man, dass Teile davon wahr sind. Und es drückt auch immer so ein bisschen aus, dass man das Gefühl hat, da wäre was von wahr. Und dann ist es tatsächlich so, und ich erlebe das gerade hier bei mir ein bisschen in der ländlicheren Region, dass auch jüngere Männer das so adaptieren, das übernehmen von zum Beispiel ihren Eltern. Hier auf dem Land hast du manchmal so, das ist jetzt sehr klischeehaft, aber du hast manchmal so diese Leute, die so feiern auf dem Land und Bier trinken und über Autos reden, so diese richtigen Klischee-Männer gibt es hier schon manchmal. Und viele Männer übernehmen dann wirklich so diese Einstellung. Ja, wenn meine Frau das sagt, wird es schon richtig sein. Wenn meine Frau glücklich ist, dann bin ich auch glücklich. Und ja, diminischen oder verringern dabei einfach ganz stark deren Wert. Und das ist, glaube ich, auch das Problem, was viele Männer heute mit der Feministenbewegung haben, zumindest in ihrer extremen Form, dass sie das Gefühl haben, der Wert von Frauen wird hier ja künstlich aufgebauscht. Und ich glaube auch, dass das in gewissen Hinsichten passiert. Also es gibt sicherlich eine gesunde Art davon, sich für die Rechte von Frauen einzusetzen, in gewissen Hinsichten. Wenn natürlich Ungerechtigkeiten bestehen, dann bin ich auch dafür, die auszugeichen. Ganz klar. Aber es gibt auf jeden Fall auch Respekte, die die Frauen so ein bisschen aufbauschen und größer machen, als sie eigentlich sind, auch in dieser Feministenbewegung. Und das kann natürlich ein Problem sein. Ich erinnere mich an ein Mädel, das mal neben mir saß in der Uni. Und die auf ihrem, das war ein jüngeres Mädel, und die hat da auf ihrem Laptop ein Sticker kleben mit The Future is Female, also die Zukunft ist weiblich. Und das ist natürlich ein wunderbares Beispiel dafür, wenn man Gleichberechtigung nicht verstanden hat, zu schreiben The Future is Female ist halt, ja, naja, ich will nicht näher auf das eingehen. Ich glaube, du verstehst schon, was ich meine. Und ich glaube, das ist eines der großen Probleme, dass viele Männer mit der heutigen Bewegung den Feminismus haben und warum sich auch relativ wenig Männer damit eigentlich identifizieren können. Naja, aber das ist hier ein anderes Thema. Es geht also immer so ein bisschen um dieses Auf-das-Podest-Stellen. Also da kommt es ja auch her. Die Frauen haben das Gefühl, Männer stehen auf dem Podest, deswegen haben sie das Gefühl, wir müssen jetzt hier Bewegung machen, was ja auch in manchen Aspekten so sein mag. Da will ich hier jetzt nicht genau darauf eingehen. Und es gibt aber auch diesen Gegenpart, der dann sagt, ja, Future is Female und dann, ja, passt alles nicht wirklich zusammen. Und das gleiche Problem findet eben bei ganz vielen Männern statt und sie erhöhen die Frauen im Wert. Aber das muss nicht nur so aussehen, dass du sagst, oh ja, die Meinung der Frau ist mir wichtiger als meine eigene oder wenn meine Frau glücklich ist, dann bin ich auch glücklich, sondern die Frau in dem Wert erhöhen. Das kann auch bedeuten, dass du, ja, unnötig krasse Ansprüche an Frauen hast oder denkst, Frauen würden dich auf irgendeine Art und Weise erfüllen oder glücklich machen. Und das ist das, was viele Männer machen. Viele Männer haben das Gefühl, oh ja, wenn ich jetzt eine coole Frau habe, wenn ich eine hübsche Frau habe, wenn ich viel Sex mit Frauen habe, dann bin ich der King, dann bin ich erfüllt, dann bin ich glücklich. Gerade bei jüngeren Männern, gerade jüngere Männer tendieren dazu, weil sie einfach noch nicht so viel Erfahrung haben. Aber auch bei älteren Männern sehe ich das. Ich habe bei vielen Männern in meiner Zusammenarbeit zu tun. Und das ist wirklich ein ganz, ganz großes Problem. Und du musst erkennen, du musst einfach erkennen, die Frau wird dich am Ende des Tages nicht erfüllen. Die Frau kann dich nicht glücklich machen. Die Frau wird nicht die Erfüllung all deiner Träume sein, das kann sie einfach nicht. Die Frau ist kein göttliches Wesen, sie ist ein menschliches Wesen, genauso wie du eins bist. Also genauso wenig wie du, ja, die Frau und ihr Leben endgültig erfüllen kannst, kann die Frau das für dich tun. Das funktioniert einfach nicht. Und David Data sagt das tatsächlich in seinem Buch, Der Weg des wahren Mannes, sehr, sehr schön. Und so sagt er dort, du bist glücklich, du bist zufrieden, wenn die Welt dir das gibt, was du haben willst. Wenn dein Hund brav ist, deine Frau mit dir schläft und du auf Arbeit befördert wirst. Aber am glücklichsten, sagt er dort, bist du, wenn du nicht länger von den Dingen im Außen irgendetwas erwartest. Das heißt, wenn du nicht mehr erwartest, dass die Frau dich glücklich macht, wenn du nicht mehr erwartest, dass der Sex dich unheitlich erfüllt, wenn du nicht mehr erwartest, dass alle Leute dich cool finden und dich beglückwünschen zu all deinen Erfolgen oder dir, ja, dir, keine Ahnung, Geschenke machen, dich loben, dich preisen. Wenn du all das nicht mehr erwartest, dann bist du am glücklichsten. Und das ist ein ganz, ganz toller Satz, den man sich am besten irgendwo hin tätowiert. Tätowiere lieber nichts, habe ich auch gemacht. Aber du verstehst die Idee, wenn man sagt, das tätowieren auf die linke Arschbacke. Und das ist okay, da sieht man das noch nicht so oft. Aber präg dir diesen Satz einfach ein. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Satz. Am glücklichsten bist du, wenn du von den Dingen im Außen nichts mehr erwartest. Es ist wunderschön, mit Frauen zusammen zu sein. Egal, ob in Form von kürzeren Beziehungen, Affären oder in Form von längeren Beziehungen. Es ist so wertvoll, es kann einem so viel beibringen, es fordert einen unglaublich heraus und man kann sich unglaublich viel gegenseitig schenken. Das sind alles Aspekte, die ich überhaupt in diesem Video nicht anzweifeln will. Aber man muss immer schauen, dass man die Frau nicht auf ein Podest stellt. Weil das Problem ist, du kannst halt keine normale Beziehung mit einer Frau führen, die auf einem Podest steht. Weil du immer das Gefühl hast, oh Gott, da ist diese Göttin und ich, kleiner Wicht. Oh, sie ist die Erfüllung aller meiner Träume und ich darf sie auf keinen Fall verlieren. Und schon driftet dein Verhalten in bedürftiges Verhalten ab, in Neediness, wie man ja auch so schön sagt. Aber wenn du erkennst, dass die Frau genau wie du sterblich ist, dass die Frau genau wie du einfach ein normaler Mensch ist, mit Fehlern, mit Unzulänglichkeiten, dass die Frau auch ihre Probleme hat, genau wie du und dass ihr euch beide letztendlich nicht die absolute Glücklichkeit geben könnt, aber natürlich euch ganz viel schenken könnt, dann kannst du zu einem normalen Umgang mit Frauen kommen. Und das Gleiche gilt, und da haben wir ja in vergangenen Videos schon drüber gesprochen, das Gleiche gilt für dieses sexuelle Thema. Du kannst auch Sex auf ein riesiges Podest stellen und dann wird es so ein Problem in deinem Leben. Das haben wir in den Videos besprochen, wo die Fragen kamen zu der Jungfräulichkeit und was man da machen kann und dass man dir unbedingt loswerden muss, gleiches Thema. Du nimmst den Sex, stellst ihn auf ein riesiges Podest und denkst, oh Gott, wenn ich nur Sex hätte, wenn ich nur endlich mit Frauen schlafen würde, dann wäre ich der König, alle Leute in meiner Umgebung machen es ja auch. Und lass es dir von jemandem gesagt sein, der Erfahrung in diesem Bereich hat. Mit vielen Frauen zu schlafen ist ein endloses Loch sozusagen, ein endloses, wie sagt man, ein schwarzes Loch ohne, ich weiß nicht genau. Aber es hört einfach nicht auf. A, es ist immer irgendwo das Gleiche und es hört auch nicht auf. Es ist eine schöne Sache, verstehe mich nicht falsch, aber es hat dir jetzt nicht mein Leben unglaublich bereichert oder mich zu einem vollkommenen Mann gemacht. Okay, es war einfach nur Spaß in dem Moment. Das ist es. Und ich bin hier nicht, mach was du willst, ja, mach alle sexuellen Erfahrungen, die du willst, tobe dich aus, go for it, mach alles, was du willst. Ich sage dir nur, erwarte nicht davon, dass es dich vollkommen macht oder dass es dich zu einem Mann macht. Gut, das ist so eine sehr alte Vorstellung, aber die dient jetzt mal als Beispiel. Es gibt ja diese Vorstellung so, ja, wenn man mit einer Frau geschlafen hat, dann ist man ein Mann. Das ist eine sehr alte Vorstellung, die gibt es heutzutage eigentlich nicht mehr so wirklich. Aber die Idee dahinter ist die gleiche. Also es wird dich nicht vollkommen machen, es wird dich nicht vollkommener machen, als du in diesem Moment bist. Weiteres schönes David Dada Zitat. Nichts, absolut nichts in der Welt kann einem Mann mehr Freiheit geben und mehr Präsenz als die Freiheit und die Präsenz, die er in diesem Moment hat. Heißt, es muss einfach nichts weiteres geschehen. Du kannst gerne und solltest auch an deinen Zielen arbeiten. Versuch, was in der Welt zu reißen, irgendwas Gutes zu tun, deine Fähigkeiten zu benutzen, um der Welt etwas Gutes zu tun. Für Beziehungen, hab Spaß mit Frauen, hab Stress mit Frauen, alles, was dazugehört. Aber A, erwarte nicht davon, dass diese Sachen dich glücklich machen oder erwarte nicht von diesen Sachen, dass sie dich erfüllen. Und B, eben das, was ich gerade noch gesagt habe. Und wenn du diese Sachen kombinierst, dann hast du endlich einen normalen Umgang mit Frauen. Und das ist wirklich einer der größten Punkte. Das ist wirklich der Punkt, warum viele Männer keinen Erfolg mit Frauen haben, weil sie einfach auf irgendeine Art und Weise in einem komischen Verhältnis zu Frauen stehen. Witzigerweise kann das auch in genau der anderen Richtung so sein. Und das ist oder kann die Ausführung so ein bisschen sein, wenn man in diese klassische Pick-up-Lehre geht. Dann kann es halt sein, dass du das Gefühl kriegst, ich bin besser als die Frau, ich stehe über der Frau. Das kann eben auch passieren. Und das sorgt dann logischerweise auch für eine ungesunde Beziehung. Also beides funktioniert nicht. Wenn die Frau unter dir steht, wenn sie über dir steht, ihr müsst auf einer gleichen Ebene stehen. Damit sage ich nicht, also das ist ja schon ein bisschen dieses Männer-Frauen-Gleiche-Ebene. Ich sage damit nicht, Frauen und Männer sind gleich. Absolut nicht. Sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben in vergangenen Videos viel darüber gesprochen, über Weiblichkeit und Männlichkeit. Ganz unterschiedliche Sachen. Ganz, ganz unterschiedlich. Aber ihr müsst auf einer gleichen Ebene stehen. Ihr müsst auf einer gleichen Stufe stehen. Und du musst realistische Erwartungen an Frauen haben. Und deine unrealistischen Erwartungen loslassen. Und das ist auch die Aufgabe an dich nach diesem Video. Weil ich will nicht immer Videos machen, du guckst meine Videos und gehst dann wieder das nächste Video gucken oder was auch immer. Sondern mach halt was. Guck meine Videos und zieh halt auch wirklich Wert draus. Deswegen Aufgabe an dich. Setz dich nach diesem Video hin. Für 10, 20 Minuten, sagen wir 20 Minuten, bam, 20 Minuten. Setz dich für 20 Minuten hin. Schreib dir einfach mal auf, wie deine Sicht zu Frauen ist. Wie ist das mit dir und dem Podest? Was erwartest du so von Frauen? Was glaubst du, können Frauen dir geben? Reflektier einfach mal darüber, wie gesund oder ungesund dein Verhältnis, deine Einstellung zu Frauen ist. Das ist eine ganz wichtige Sache. Wir haben gerade darüber gesprochen. Setz dich einfach mal hin. Setz dich mal damit auseinander. Man muss sich mal Gedanken darüber machen. Weil nicht dem Mann ist ganz automatisch klar, wie er dazu steht. Man muss einfach mal in sich reinhorchen. Mal gucken, wie das so aussieht. Und dann erkenne einfach über die Zeit, dass Frauen genau wie du sterbliche Wesen sind, sie dich nicht endgültig erfüllen können, aber du natürlich trotzdem eine schöne Zeit mit ihnen haben kannst. Und das ist der wirklich normale, schöne Umgang mit Frauen. Und dann ist es auch entspannt mit Frauen. Das ist das, was eben dann passiert. Dann bist du entspannt mit Frauen und entspannt im Umgang mit Frauen, weil du dir dann nicht mehr denkst, oh Gott, wenn es mit dieser Frau jetzt nicht funktioniert, wenn es mit Frauen nicht funktioniert, dann war es das für mich. Sondern du denkst dir, hey, cool, hab jetzt eine schöne Zeit mit der Frau. Aber wenn es irgendwann nicht mehr so sein sollte oder wenn die Frau irgendwann aus meinem Leben verschwindet, dann ist das auch in Ordnung. Dann ist alles immer noch genauso gut, wie es vorher ist. Alles ist gut. Alles ist gut. Du brauchst die Frau nicht zur Vollkommenheit. Da kannst du dich entspannen. Kernbotschaft dieses Videos. Freut mich, dass du hier warst. Du hast deine Aufgabe. Mach sie auf jeden Fall. Mach sie nicht nicht. Mach sie auf jeden Fall. Okay? Immer mal sehen wir uns wieder. Hier abonnierst du den Channel, auch die Glocke drücken, wenn du es noch nicht gemacht hast. Hier kannst du dich für ein Coaching bewerben. Und hier kommst du zu weiteren Videos mit noch mehr Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin. Ciao.